Jetzt? Meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren! Wollen Sie zuhören? Ahm, äh... Hallo! Hallo! Ruhe! Mach doch höher! Hallo! 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 Hey! Meine Damen und Herren! Am 28.10. Ey! Schuler jetzt! Stuh! 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 Fertig werden, Schürze Brüder! Also, am 28.10. diesen Jahres waren wir... Warst du ein Idiot? Ja! 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 Waren wir auf Bremer Freimarkt mit dem Dennis Beuchel... Im kompletten... An... Im... Im kompletter roten Türen... Ja! Zum... Junggesellenabschied! Jungsgesellenabschied! Jungsgesellenabschied! Fricht die Glasen an! Ha! 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 Ich möchte jetzt noch mal jemanden fragen, wer dich ausgewählt hat! Nein! Nein! Ha! Also, wir haben einen Film darüber gedreht! Lassen wir Ihnen mal kurz was sagen! Ha! Und dieser Film wird jetzt mal kurz gezeigt! Der ganze Film dauert zwar eine ganze Stunde... Aber, äh, bezweigen wir kurz die ersten 10 und, äh, wer ihn haben will, der muss sich bei mir melden und ein Hohling abgeben! Hm... Wo! Der Herr, äh... Der ist echt die Köln wehrt! Das ist echt der Wahnsinn! Ja! Huh! Wer hat das hier? Ja! Wo! 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 Nein, das liegt doch.